Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, ein Auge für Bildkomposition und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Besiegt das Auge des Kerkermeisters im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem es sofortige Auslöschung eingesetzt hat und ihr danach mit der geplünderten Selfie-Kamera ein Bild von ihm und der gesamten Gruppe bzw. dem Schlachtzug geschossen habt. Hört sich jetzt ein bisschen komplexer an, ist es tatsächlich gar nicht. Wir müssen einfach den Boss erstmal relativ normal runterspielen. Ihr müsst vor dem Kampf nichts plündern oder so, die Selfie-Kamera bekommen wir dann im Kampf. Heißt, ihr spielt den Boss runter auf 30 oder 33 Prozent, da geht der Boss in die letzte Phase und fängt dann an einen Spell zu casten und zwar sofortige Auslöschung. Sobald ihr diese sofortige Auslöschung castet, geht es eigentlich mit dem Achievement los. Denn hinten, wir haben das hier mit grün gemarkt, ist so ein kleines Säckchen und das könnt ihr anklicken und dann bekommt ihr die Selfie-Kamera. Diese Selfie-Kamera könnt ihr dann einmal auslösen und ein Bild machen. Ich habe das jetzt gerade gemacht gehabt. Das Problem war, ich war zu weit hinten gestanden. Ihr müsst den kompletten Raid mit dieser Selfie-Kamera draufkriegen. Ihr habt dann einen Button, wo ihr quasi die Kamera auslösen könnt. Das hat bei uns geklappt. Ihr seht das auch schön im Achievement, das ich mir rausgezogen habe. Die Gruppe ist weiß geworden, der Boss nicht. Für den Boss müsst ihr näher ranlaufen. Ihr könnt aber nicht mehr normal laufen, sondern ihr müsst dann rückwärts laufen, weil ihr so komisch gedreht seid. Also ihr habt eine komplett beschissene Steuerung. Ihr könnt es vorher mit dem Toy-Selfie-Kamera einmal üben. Dann ist es ein bisschen einfacher. Ich würde euch empfehlen, das vielleicht einen Tank machen zu lassen, der ein bisschen dev hier ist oder ein Spieler, der da dev-CD zieht, denn es kommen natürlich die normalen Fähigkeiten währenddessen. Und wenn ihr das macht, sollten sich alle vor dem Boss stacken. Und dementsprechend, der dir die Selfie-Kamera benutzt, der backpedalt quasi zum Raid hin, dass er relativ nah an den Boss ran ist, dass er sowohl den Boss als auch die Gruppe mit drauf bekommt. Dann ist es eine relativ einfache Sache. Wenn ihr von hinten fotografiert, wie ich das am Anfang gemacht habe, dann zählt irgendwie der Boss nicht, obwohl der ja eigentlich mit drauf ist. Der ist ja groß genug. Ihr müsst da tatsächlich einfach einen Ticken näher ran. Gut, das war es eigentlich schon. Ihr solltet euch vielleicht vorher überlegen, wen ihr dafür auswählt, der diese Selfie-Kamera benutzen darf. Und ja, dann sind wir damit auch schon durch mit dem Achievement. Gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei dem kleinen Achievement-Guide. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Eutela. Bis dann. Tschau.